Mein Lieben User, meine lieben Konsumenten, meine lieben Fans, herzlich willkommen zum erstbestem kosmischen Manifest des Pöldana-Pottwerks, das Wien. Wir sind der erstbeste kosmische Kongress des Pöldana. Pöldana. Fünf Wochen folgen im Anschluss meine Grußworte an die Welt anlässlich des heutigen Manifestes. Und zwar als erstes an die Allis, als zweites an die Sowjets, als drittes an die jüdische Volksfront, als viertes an, mein guten Arten Freund, mach mal hinten mit, den Erfinder des Leichtssehensorgans, fünftens an den heiligen Stuhl und sechstens an mich selbst. Es lebe der Böse, brakete Böse, brakete Böse!